Moin Leute und Willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Zora! Yeah, Zora! Terraria Zora! Nix, Terraria! Oh! Warum kannst du nicht fliegen? Ach, das ist immer noch die alte Rüstung! Aber, du sagst es, ich hab ne neue Rüstung gefunden! Echt? Kann ich die haben? Ja, nein! Ach, Menno! Das ist die Chessblade! Oha! Das ist die Hose! Oha! Jetzt kommt der Helm! Oh! Aber ich kann gut sehen! Dann schau mal! Ist du dir sicher? Warte, ich muss... Ich muss nur rausgehen! Ist du dir sicher, dass du gut siehst? Also, ja, also... Ich bin mir sehr sicher! Wo ich die Tür! Du, das ist... Hier ist die Tür! Da! Danke! Ich glaube, das wird für unser Abenteuer heute nicht ganz praktisch! Denn wir gehen heute in den Äther! Oder auch genannt Himmel! Ich glaube, da musst du aber was sehen können! Das geht schon! Das geht schon! Das geht schon! Okay, bist du sicher? Okay! Ähm, aber ich hab halt an sich alles dabei! Also, Hanglider, alle Waffen, Essen und... Und... Okay! Also, 3, 2, 1, los! Man sieht dich auf der anderen Seite, Drew! Okay, ich bin da! Bist du auch da? Ja, ich will über der World alles geben! Hammer! Was denn? Ja! Was ist das? Teleportation Star! Overworld! 42, 81, 75! Was bringt mir das? Teleportieren! Okay! Perfekt! Und wo teleportiert mich das? Also, ich... Nach Hause! Nach Hause! Okay, perfekt! Dann ist gut! Dankeschön! Dann müssen wir auch nicht irgendwie runterspringen oder so! Nein, nicht gehen! Da muss ich es jetzt wieder haben! Ich wollte es nur zeigen! Oh! Okay! Ich war ausgerechnet! Okay, okay, okay! Dankeschön! Ah, ich glaube, ich ziehe wirklich zur Sicherheit immer mal diese Rüstung an, vor allem, weil ich damit auch höher springen kann! Stimmt! Und... Und die Viecher spawnen hier auch in Massen! Also, aufpassen auf jeden Fall! Übrigens, ich... Wie du eventuell gemerkt hast, ist Bello heute nicht da! Der wollte für uns auch Stuff farm! Stimmt! Und du... Und du warst ja auch Stuff farm! Also, diese Rüstung hast du dann, denke ich, mal geholt, oder? Ja! Nice! Oh! Die hab ich, ähm... Gefunden! Oh, da waren wir schon! Komm her! Ja, ich weiß! Ja, wir brauchen irgendeinen anderen Ort! Äh... Vielleicht müssen wir ein bisschen... Ach, du kannst oder so fliegen! Ach, Mist! Mit der Rüstung nicht! Du bist immer noch doof! Ich kann nur hoch springen und bekomme keinen Vorwurf! Achso, still mit der Rüstung! Ah! Okay! Ich nehm mal die Treppe! Wie... Wie es sich gehört, hä? Wait, das kann ich angeben, weil ich höher springen kann! Oh, da... Warte, komm mal her, komm mal her! Wie hoch? Oh! Oh, du bist aber relativ langsam, Drew! Wait, du kannst übel hoch springen! Oh, ich glaub, du kannst sogar höher springen! Mist! Ich hab vierfache Sprunghöhe damit, aber ich weiß nicht, wie ich weiß... Hier hast du... Hier hast du einen Stein! So, jetzt schaffst du's! Ja, let's go! Okay, okay, okay! Äh... Let's go! Wir fliegen mal auf die andere... Du hast doch noch deine alte Rüstung, also solltest du ja fliegen können! Oder? Ja! Okay, gut! Wir fliegen auf die andere Insel, let's go! Bis gleich! Ich muss mich mal wechseln! Ui! Ja, das ist halt dann so, ich muss auch einen Hang-Leader dann immer wechseln! Ich muss ihn auch immer aktivieren erst! So, ich glaub, wir machen mal den Battle Tower! XP schaden ja nicht! Aber nicht den Nether, sondern den Korbel Battle Tower, der direkt in der Nähe ist! Ich bin übrigens auf der zweiten Ebene, circa! Hm... Okay, immer alles schön looten! Wo bist du? Weiter! Oh, oh! Willst du... Du, also ich möchte ihn auch nochmal... Immer die Spawn abbauen! Ey! Hör auf mich zu hauen, ich bin kein Monster! Na, also... Für dich nicht! So! Alright, nächste Ebene, komm, wir rushen hier komplett durch! Wir fetzen das weg, warte, kann man irgendwo ein Ding jetzt sehen? Wait, da oben ist was, glaub ich! Oder hab ich mich versehen? Weil ich kann doch meine Waffen benutzen, stimmt! Wait, ist er oben irgendwann? Was? Oh, oh! Irgendwas explodiert hier! Ju, warst du das? Der Battle Tower Garden ist weg! Warum ist der weg? Eingeschlafen! Yes! Dann müssen wir ihn aufwecken, oh Gott! Mir kommt's nicht, falls er eingeschlafen wäre! Oh, oh! Wo ist der? Eingeschlafen! Oh, da liegen noch die Sachen, oh, 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 da liegt ein OP-Gap, OP-Gap! Update, der OP-Gap ist weg! Update, der Turm explodiert! Ähm... Das ist mir auch aufgefallen, tatsächlich! Ah, okay, der, der ist wirklich weg, der Ufer-Gap! Mein Boot ist weg! Dein Boot? Warum hast du ein Boot hier? In Ordnung! Okay! Also, es ist in Ordnung, aber... Also, ich kann das jetzt machen! Was sagst du dazu? Ach, das kannst du... Ah, das hast du mir gezeigt, Mist! Okay, okay, ich hab's verstanden! Ich kann das auch mitten im Himmel machen, schau! Echt? Ja! Na, aber dann sieht man's ja nicht! Ich kann nicht mal die Wolken klicken! Ah, doch! Au! Die kamen wir etwas später! Okay, komm, wir fliegen wieder in der Runde! Wo bist du? Ich hab dich verloren! Wo bist du? Kart, du musst reconnecten! Kart, du musst reconnecten! Der ist led wie sonst was! Ja, ne? So, weiter geht's! Okay! Okay, hier ist ein Boss! Hier ist ein Boss! Hier ist ein Boss! Äh... Ich... Glaube ich kennen... Ah, wait, ich muss... Ich kann nicht hochfliegen! Was ist das? Das ist ein Wal, da müssen wir aufpassen! Ich bin mir nicht ganz sicher, wie der ging, aber... Sagen wir kurz wegfetzen! Ich bin ein Wal streichen! Ne, nicht ein Wal streichen! Keine gute Idee! Mit dem Schwert streichen! Nein! Bisschen über die Haut streichen! Das ist nicht ganz... Nicht ganz intelligent, also... Okay, Drew, ich bin oben! Ich auch! Und... Ah, ich kann nicht rein! Ich kann's nicht abbauen! Mist! Wie kommt man rein? Ich auch nicht! Wait, vielleicht ist hier ein Eingang... Ah ja, hier ist der Eingang! Eine Seite! So, komm her! Welche Seite? Oh, das war eine Mimic! Eine Seite von vielen! Die Seite, wo ich war! Okay, hier ist die Treasure Chest! Huch! Ich glaube, das sind alles Mimics! Ah, ne! Cloud... Cold Air Cloud! Nice! Okay, jetzt hoch zum Boss! Den schaffen wir! Nein, ich glaube nicht, aber... Egal, den schaffen wir! Schwumms der... Schwumms der Awakening! Kommst du hoch? Ja! Oh, oh! Komm nicht hoch! Dann flieg am besten hoch! Ich kann eine Seite raus! Da ist er! Also zur Erklärung, wenn er so aussieht, dann kannst du ihn... Dann kannst du ihn hitten, okay? Und wenn du vom Tower runter gehittet wirst, dann bist du raus! Oh, deshalb... Das heißt, ich kann nicht zu ihm hoch fliegen! So, also sozusagen, wenn wir beide raus sind aus der Arena! Ich hab meine weg, da! So, komm, abschießen, abschießen, abschießen! Genau, also in dieser komischen, gelben Form da, können wir ihn hitten! Soweit ich weiß! Ja, doch, kennen wir nur! Okay! Wir schaffen das! Wir schaffen das! Und jetzt... Komm her! Trau dich, Wal! Trau dich, Wal! Und jetzt... Oh! Er macht bei mir richtig krassen Knockback! Aber ich glaube, er fokussiert nur mich! Komm runter jetzt! Ich glaube, er hat Angst! Jetzt, jetzt, jetzt! Oh! Ich hab das Gefühl, ich nehme sehr wenig Knockback! Also kann ich ja nicht auch raus aus meinem... Jetzt! Geh doch in deine Form, jetzt! Er ist lustig! Und jetzt... Oh, oh, sorry! Tut mir leid! Ich kann ihn jetzt mit Blitzen abschießen! Okay! Jetzt, 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 jetzt! Drew, ich glaube, der ist heute ein bisschen launisch! Ich glaube, ne, nur wenn er in der Form ist! Aber es kann nicht funktionieren! Schau mal! Was ist das? Achso, ja, das sind meine... Energy Cell! Empty! Meine Energy Cells! Die verbraue ich durch meine Rüstung! Ja, die machen wirklich gar keine Knockback! Jetzt komm doch her! Ich glaube, der hat Angst! Der weiß, dass wir stark sind! Ich glaube, der hat echt Angst! Warte, wir bauen mal... Während er sich nicht traut, baue ich mal ein bisschen was! Jetzt, 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 jetzt! Jetzt, 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 jetzt! Oh, doch nicht! Wir bauen mal Smileys! Jetzt, 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 jetzt! Kann man irgendwie nur einmal hitten oder so? Komisch! Und so! Dann in die Mitte... Oh, falsch gebaut! Wait! So! Der, ich baue einen Smileys, während wir gerade einen Boss machen! Ach Gott! Drew, wo bist du denn gerade? Jetzt, 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 jetzt! Ich habe so geflogen! Oh, dann fliege aber wieder hoch! Du hast doch deine Rüstung! Und jetzt! Okay! Ich habe in der Zeit einen Smileys gebaut! Was sagst du dazu? Sehr gut! Yes! Ich glaube, damit werden wir gewinnen! Komm! Jetzt, 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 jetzt! Boah, okay! Ich habe ihm gut Schaden gedrückt! Ich habe ihm gut Schaden gegeben! Und jetzt wieder runter? Oh! Ich mache mal noch einen Smileys! Während er sich nicht traut! Und jetzt? Nice! Ah, ich kann ihn nur von vorne hitten! Okay! Das ist gut zu wissen! Du, lass mich mein Smiley bauen! Hier ist noch eins! Nö! So! Kannst du die Tornados nutzen, Phoenix! Ah, oh, oh, oh! Jetzt, 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 jetzt! Immer wenn er unten ist die Schnauz anhauen! Meine Testlagern! Meine Testlagern! Was ist mit der? Ich habe es gedroppt! Hier! Oh, achso! Dankeschön! Sicherst du das nicht, wenn du deine Testlagern verbrauchst? Doch, tue ich! Oh, achso! Ja, ich benutze das für meine Rüstung, deswegen! Aber ich finde den Namen von dem, von dem Wahl cool! Schwumms! Komm! Okay! Bald haben wir ihn! Gleich mit der Kettensäge! Jetzt, 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 jetzt! Komm, komm, komm! Jetzt haben wir ihn, jetzt haben wir ihn! Let's go! Hab ich gut gemacht! Nice! Hab ich gut gemacht! Haben wir gut gemacht! Was haben wir bekommen? Nix! Doch, einen, äh, Platinum Key! Was macht der? Der ist für mich! Wegen Platin! Hast du ihn gegessen? Ich habe einen Platinum Key für Platin! Und jetzt kann man, oh! Ich will nicht sagen, dass es verbuggt ist, aber es ist ein bisschen verbuggt, oder? Nein! Jetzt nicht mehr! Oh, äh! Wo drin, wo drin stehe ich gerade? In einer Kiste! Okay, also es ist für dich auch so! Und jetzt öffnen! Oh! Die Kiste ist weg! Ich habe sie abgebaut schon! Oh, wait! Ich habe Disks bekommen! Also ich habe einmal die Welcoming Skies Disc bekommen! Die Legacy Disc! Darf ich die abspielen? Das Live-Shard? Wait, was ist ein Live-Shard? Oh! Können wir es abbauen? Wir können es abbauen! Nice! Okay, ich habe irgendeinen, ich habe irgendeinen Chart bekommen, oder so! Habe ich jetzt ein Leben dazu bekommen? Und ich habe einen Cloud-Stuff! Oh! Drew? Ja? Äh! Ich habe eine Cloud, ich habe jetzt irgendeine Cloud, die mich verfolgt! Nicht abschießen, bitte! Wait, komm mal her, komm mal her, komm mal her! Stell dich mal vor mich! Au! Warum machen die nichts? Ah, egal! Der Cloud-Stuff sieht cool aus, das ist alles, was zählt! Oh, wait! Ich baue mir jetzt auch... Ich habe gar keine Bomben dabei! Vielleicht in meinem Backpack? Ich habe die Volcanic Packaxe, ja, die kann ich benutzen! Ich helfe ein bisschen mit abzubauen! Wait, so! Kann man einen T&D Boost mit einem Rocket Launcher machen? Probier! Ich weiß nicht! Schau zu! Und staunen! Äh! Soll ich jetzt staunen, oder? Ja! Mann, die Wolken sind langweilig! Ah, doch, sie verfolgen mich nur! Ich kann sie auch nicht hauen, oder so! Egal! Ah! Und, ich würde mal sagen, runter jetzt! Äh! Okay! Und, flieg mir hinterher! Flieg mir hinterher! Ich nehme den Hanglider! Let's go! Blue, komm her! Okay, mal gucken, ob wir irgendwas finden! Ich bin hinter dir! Mal gucken, ob wir irgendwas finden! Irgendein Dungeon, oder sowas! Oh, hier waren wir schon vorher! Und da hinten bist du! Äh! Ich sehe soweit nichts! Außer da unten ein Tornado! Oh, wait! Neue Insel! Neue Insel ist immer was Gutes! So weit ist hier nichts! Mmmh! Soweit ist hier nichts! Ah, sonst muss ich mich wieder hochbauen, wenn es zu weit oben ist! Aber ich sehe generell nichts! Jetzt auch kein Battle Tower machen, das wäre langweilig! Äh, Drew? Ja? Versuch mich nicht abzuschießen, bitte! Wollt nicht! Oh, da ist ein Everportal! Lol! Na egal, weit weg da! Wir wollen schließlich... Oh! Oh! Oh, das sind drei... Ähm... Das sind drei Dungeons ineinander gespawnt! Finde ich gut! Ähm... Weil ich bin gleich oben! Oh! Oh! Okay! Ich komme nicht ganz hoch! Weil ich glaube, ich brauche noch ein bisschen! Oh! Ich glaube... Ah, ja! Drew? Ich glaube, ich brauche echt noch ein bisschen! Weil ich kann mich so hochbauen! Ah! Äh... Ich fall die ganze Zeit runter! Bin gleich da! Ah, hey! Nicht mich runterhauen! Ja, ich kriege eh kein Knockback! Alles gut! Oh, doch! Kriege ich ein bisschen! Okay, jetzt hoch da! Drew! Auf mich runter zu kicken! Oh, wait! Das damit sollte ich nicht bauen! Holy Stone! Okay, ich bin oben! Kommst du auch noch? Okay, waren wir hier schon? Ne! Hier liegt Stuff! Äh... Neh mich an! Okay, ich nehme noch einmal Enderperlen mit! Genau, die sind, denke ich mal, alle... Ah, ne! Blue Mower Egg! Das nehme ich! Jetzt gehe ich mal kurz nach oben! Komm, wir machen nochmal den Boss! Aber diesmal will ich den Keeper... Oh! Hast du ihn schon angeklickt? Ja! Okay, dann komme ich einmal her! Ah! Weißt du was? Ich gehe, glaube ich, hier zu dem anderen Dungeon! Der ist auch... Muss ich nicht alleine? Ja, ich mache den dann auch alleine! Also, meiner ist ein Hype geschnitten! Und deiner? Das ist ein Wal! Na, mein Dungeon ist ein... Der Immun gegen das Skars! Ist er auch! Ich habe dir auch erklärt, wann er Schaden nimmt! Wenn er nicht so komisch in Form ist! War er ja! Ja, dann... Du musst ihn auch an der Schnauze treffen! Hab ich ja! Dann sollte ja alles klappen! Nein! Dann weiß ich es nicht! Die Flums, wie der bei mir heißt, ist ein bisschen freundlicher und greift mich durchgegangen! Wait, ist hier irgendwie was zu sehen von der Seite aus? Ne, nichts! Okay, der Dungeon ist... Also, das ist... Der ist komplett kaputt! Wait, okay, ich kann hier hoch! Äh... Ich meine, der Boss wäre ganz unten gewesen! Oh, es geht! Oh, ich brauche die... Ich brauche die Medals! Damit ich ihn überhaupt bekämpfen kann! Die Victory Medals! Zehn Stück brauche ich! So, komm her! Dann du auch noch! Äh, jetzt werd doch wieder aggressiv! Werd wieder gelb, du Asiaten! Ich glaube, der Wal möchte nicht! Ich auch nicht! Du möchtest auch nicht! Aber wenn das so ist... Oh, ich muss vielleicht blocken? Wie meint du blocken? Ich hab gerade geblockt! Jo, mein Schild hat einen krassen Cooldown erlitten! Tschüss! Ich glaube nicht, dass der Wal Schaden nimmt, wenn du blockst? Oh, echt? Ich hab geblockt und auf einmal war er gelb! Wie blockst denn du? Ach, mit dem Schild! Oh, ich dachte kurz 1-8! Huch! Huch? Ähm... Wait... Wie kann... Okay, also ich glaube, hier oben ist schon der Boss! Zumindest, soweit ich meine Erinnerung ist, habe! Ah, ne, hab ich doch nicht! Hast du Erinnerung? Ich... Ich hab Erinnerung, ja! Ähm... So, du kommst einmal her! Doch, noch eine Victory Metal! Ich kann jetzt wieder 30 Minuten nicht benutzen! Oh! Oh, man muss ihm einfach nur ausweichen oder ihn in seine eigenen Tornados befördern! Oh! Ich glaube, in die eigenen Tornados befördern! Okay, wait, ich glaube, ich komme auch mal zu dir nach oben! Ja, in die eigenen Tornados! Ich bin gleich da! Warte auf mich! So, ich muss... So, ich muss mal kurz Holz farmen! Stressig hier! So! So, ich bin gleich da! Ich bin gleich da! Ich baue mich gerade hoch! In zwei Abschnitten! Ah, jetzt, jetzt, jetzt! Oh! Ich habe schon die Bossleiste! Und hier steigen... Hier fallen einfach schon Steine auf mich! So werde ich also begrüßt! Das ist mein Key! Ja, alles gut! Ich möchte nur ein bisschen helfen! Du hilfst mir nicht! Ich bin schon ein großer Junge! So, okay! Und jetzt müssen wir hier runter! Zu der... Verbackten... Platinum Key! Warum gibt es kein Juki? Doch, das bleibt der Platinum Key! Oh! White Cape! Und... Power Gloves! Drei... Life Shards! Den nehme ich! Ich weiß immer noch nicht, was ein Life Shard macht, aber... Den Invisibility Gem nehme ich! Es gibt auch keinen Usage dafür! Ich glaube, das geht nicht ganz... Siehst du... Vater, siehst du mich? Ja! Echt? Oh! Junge, schau mal, wo meine Handschuhe sitzen! Deine Handschuhe... Oh! Ich habe extra Schulter dran! Ja, du kannst... Hau mich mal! Hau mich mal! Hau mich mal! Wait, ich glaube, ich nehme mal kurz einmal... Und ich bekomme einfach Haste! Und jetzt einmal hauen! Okay, jetzt machen wir ein bisschen Knockback! Ey! Nicht hauen! Nicht hauen! Nicht hauen! Nicht hauen! Mehr der Nutsch! Ich habe jetzt einen Cape! Nice! Ich habe einen Miners Ring! Mh... Warum? Sollen wir sagen, was der Miners Ring macht? Mann, wieso wäre ich nicht unsichtbar? Was macht denn der Miners Ring? Nix! Oh! Ja, das ist sehr gut! Ich weiß nicht! Okay, was macht der denn? Der macht! Trommelwirbel? Ich habe gerade ein Problem, ich weiß nicht, wie ich die Handschuhe ausziehe! Oh! Äh, du musst auf die Wolken im Inventar klicken! Wait, 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 wait! Hier hast du ein Herz! Hab! Ich glaube, mir passen die ein bisschen besser! Nein, sie sind gut! Wir spielen gleich bei der Musik, aber ich habe keine Ahnung, ob ich dafür einen Stripe bekomme, aber mir egal! So, Drew, wir gehen jetzt nach Hause! Hast du deinen Teleportation Crystal bereit? Ja! Und los! Tschüss, du Loser! Wusch! Okay, ich bin da, ich bin da, ich da! Hi! Ich bin nicht! Du doofi! Okay, äh, ey, 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 ey! Ich habe nicht meine gute Rüstung an! Hör auf, hör auf, hör auf! Ich habe, by the way, auch ein Ersatzschild gefunden! Das da! Wait, oh, oh, die, die... Die Gloves sind... ...unpassend, okay! Oh, nice! Das sind meine Ersatzschilden! Das ist hübsch! Aber ich würde sagen, das war's dann für die heutige Folge! Und wenn sie euch gefallen hat, dann lasst unbedingt einen Like da! Und lasst ein Abo da, um nichts weiteres zu verpassen! Und aktiviert... Darf ich auch noch was sagen? Hä? Darf ich auch noch was sagen? Mhm, fließ los! Glocke aktivieren, wenn ihr sicher gehen wollt, dass ihr nichts verpasst! Und! Die Mitglieder-Funktion wurde letztens freigeschaltet! Also wenn ihr Platin aufs Wollste unterstützen wollt, dann klickt einfach aufs Mitglieder! Yeah! Ich bin nicht cool im Erklären! Alles gut! Und bis zum nächsten Mal! Ciao! Ciao!